Willkommen Leute, wir sind zurück bei einem neuen Part wieder von Rayman Legends. Ich bin schon wieder in der Heldengalerie. Den, äh, ja komm, ne. Den hatten wir das letzte Mal kurz genommen, glaube ich. Und dann habe ich den ganz schnell gegen die andere ausgewechselt, weil die neu war, ne. Deshalb, denke ich mal, hat dieser komische Neonfarbene, wobei, ist das eine Neonfarbe? Neonblau? Doch, ich glaube, das kommt hin. Der Neonfarbene Rayman hat es auch mal wieder verdient, dran zu kommen. Denke ich. Ja, okay, andere hatten wir noch gar nicht, aber, naja. Ist, glaube ich, in diesem Fall sowieso egal, denn wir machen ein Murphy-Level. Ja, wir machen ein Murphy-Level. Ich weiß nicht, wieso, aber irgendwie kommt mir gerade irgendwas komisch vor. Läuft die Aufnahme nicht richtig? Keine Ahnung, das klappt eigentlich gerade alles so problemlos. Und, ich weiß nicht, ich habe irgendwie das Gefühl, ich kann dieses Mal den Sound auf den Ohren lauter machen. Kann auch sein, dass ich irgendwas umgestellt habe, aber im Grunde sollte alles laufen. So, ich gucke nochmal hier kurz rechts. Äh, ja, das rechts sollte jetzt nicht so klingen, wie es geklungen hat. Tut mir leid, war nicht extra. Ähm, ne, aber scheint nichts zu sein. Das mache ich mal erst auf, wenn der... genau. Boah, wenn das hier weg ist. Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Okay, es geht, es geht, es geht, es geht. Es sah gerade schwieriger aus, als es im Endeffekt war. Und ist das doch kein Murphy-Level? Naja, ich weiß nicht. Muss ja noch nichts heißen, dass hier im ersten Abschnitt nichts kam. Kommt schon. Oh, das war... Das war eigentlich ganz gut. Oh Gott. Das Level ist schon wieder cool. Ja. Äh, ihr könnt mir sagen, was ihr wollt, aber ich... Ach, kacke. Ich, äh, ja, ich stehe auf diese Unterwasser und auf diese Schleich, ähm, ne, Level. Jetzt mit Murphy zwar weniger und ich sehe gerade, dass er jetzt doch kommt. Aber trotzdem, ja, ich mag das Ganze, ne. Ich hatte ja einmal, ähm, das ein oder andere Mal gucke ich ja hier in dem Spiel, ob ich irgendwie an Lösungen komme. Und ich habe schon wieder mein Mikro ein bisschen umgestellt, tut mir leid. Ob ich hier an Lösungen komme und dabei bin ich, glaube ich... Was ist das denn? Ach so. So, jetzt verstehe ich. Wir müssen dem Schatten geben. Äh, dabei bin ich darauf gestoßen, dass die Unterwasserwelt wohl ziemlich verhasst sein soll. Weil Unterwasserlevel wohl generell... Alter... Generell nicht so... Ah! Ne? Ne? Unterwasserlevel sind irgendwie relativ verhasst in unserer Gesellschaft. Oh, kacke. Wie mache ich das denn, dass er gleich nicht in die Tür geht, sondern da nach links? I don't understand this. I don't understand this. Vielleicht muss ich einfach relativ schnell im Kreis das bewegen, sodass er merkt, ah, da hinten ist noch was und dann dahin geht. Oder so in der Richtung. Wieso springt er da nicht da drauf? Das verstehe ich noch nicht. Äh, Moment. Jetzt war ich doof. Jetzt war ich doof. Moment. So. Jetzt tue ich das vielleicht mal da rein. Ah, okay. Er macht es automatisch. Ja, ich hätte nicht damit gerechnet, dass die KI von dem so hoch ist. Wurde mir auch schon mit gedroht. Ey, komm, die... Ey, das ist voll scheiße, ich auf der Wii U, weil, äh... Der Typ ist dumm. Der Typ ist dumm. Und auf den anderen Konsolen kannst du das selber spielen. So. Oder so in der Richtung, ne? So in der Richtung. Moment mal. Ach so, das war das Secret. Ich dachte, da würde es jetzt weitergehen und ich hätte da rechts was verpasst. Oh, das ist ja gut. Dann ist ja gut. Was haben wir denn hier? Sieht jetzt nicht so schwer aus. Äh. Ja, man muss denken, ne? Man muss schon denken. Aber es hat geklappt. Überrascht mich gerade ein bisschen. Ich habe gerade... Ich war gerade wieder einen Moment in der Phase, höh, ich habe keinen Plan. Drück einfach mal irgendwas. Und das war derselbe Moment, wo ich gesagt habe, ey, man muss da einfach nur denken. Ähm. Drehen ist wieder angesagt. Okay. Ah. Ja, komm, komm. Nein! Nein, 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 nein. Ach so, er ist schon tot. Er ist schon tot. Ich kann da nichts mehr retten. So. Wie machen wir das am besten? Ja. Nochmal hier anschalten. Oh man, das bewegt sich nicht so, wie ihr denkt. Nicht so. Ah, okay. Das hat gereicht. Das war der nächste. Also bis jetzt ist ja alles klar. Dich habe ich gesehen. Dich habe ich gesehen. So. Bis jetzt läuft alles ganz gut. Ähm. Den bringt er noch nicht um. Okay. Jetzt muss ich das erst so machen. Oh ja, ja, ja. Und jetzt muss er dann einen Wandsprung machen. Komm schon. Go, 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 go. Ich nehme dich bei der Hand und dann schaffen wir das zusammen. Okay. Hier kann eigentlich nichts gewesen sein, oder? Da gab es nur einen Weg. Meiner Ansicht nach. Ah ja, ja, ja. Aber im Endeffekt verpasse ich doch sowieso... WTF? Im Endeffekt verpasse ich dann ja sowieso was, habe ich im Gefühl. Und da rechts haben wir auch einen kleinen Ding. Ähm. Ich kann das Ding doch jetzt nicht weiter... Achso, Moment mal. Logisch denken, ja. Man kann es auch nach oben. Man kann es auch nach oben packen. Ey, wenn ich es nach oben packe, dann müsste der Schatten ja größer sein. Okay, ist er auch. Ist er auch. Ist er auch. Uh. Okay. Geschafft. Das hat mehr mit Denken zu tun, als man denkt. Als wie man denkt. Ja. Ich glaube, in der Kick-Werbung. Äh. So. Zack. Dich nehmen wir. Was haben wir hier? Bäm. Ich bin nach da. Und, ja. Das hat auch gereicht. Also bis jetzt stelle ich mich, glaube ich, ganz gut an. Was haben wir denn da links? Da ist doch... Ah. Den Knopf habe ich fast nicht gesehen. Ich wollte gerade sagen, da ist ein großer Kleinling und irgendwie müssen wir das aufbekommen. Ich habe nur das rote Ding nicht gesehen. Ähm. Was geht hier ab? Ja. Geh mal oben lang. Die kann ich jetzt leider nicht einfärben. Ähm. Ah. Scheiße. Äh. Ah. Scheiße. Nein. Ich hatte einen Denkfehler. In my head. Warte einen Moment. Das hier. Und jetzt. Uh. Also das könnte jetzt ausnahmsweise mal wieder ein Level sein, das ich im First Try schaffe. Das wäre schön. Ich muss nämlich sehr viel aufnehmen und ich habe sehr wenig Zeit. Ja. Wieso? Wieso musst du sehr viel aufnehmen? Weil ich in den Urlaub fahre und... Oh Mann. Ich bin einfach zu blöd dafür, aber der... Komm. Der hat jetzt... Der hat sich jetzt auch eine Dummheit geleistet. Würde ich behaupten. So. Gehen wir nochmal eine Runde nach da. Wir schaffen das schon irgendwann. Wir schaffen das schon irgendwann. Das ist halt einfach ein bisschen schwer, wenn man hier... So. Jetzt vielleicht das hier hoch. Ja. Okay. So schwer ist es doch nicht. Man muss immer die Plattform, auf die er als nächstes springt, nach oben drücken. Ja. Ich war ein bisschen verwirrt wegen dem Feuer und so. Und ich wollte die Lumens ja auch haben und ja. Wenn man alles haben will, dann ist es schwer im Leben. So. Weisheit bei Aron Lichte. So. Wie machen wir das? Weiter nach oben kann ich es nicht machen. Dann halt nach da und jetzt wieder zurück. Da unten nimmst du mal schön die ganzen... Ah. Dinger mit. Nein. Das bewegt sich... Immer wenn man schwenkt, dann bewegt sich das noch ein Stück weiter. Ne, da müssen wir jetzt gar nicht mehr hin. Dann bewegt sich das noch ein Stück weiter, wenn man stehen bleibt. Das kann man nicht so genau lenken. So. Ich mache jetzt ganz langsam. Und jetzt ganz langsam. Und aber ganz zur anderen Seite. Doch nicht ganz, doch nicht ganz. Jetzt nimm das mit. Nimm den Kack mit. Doch. So. Ey, warte, das will ich rausziehen. Take that. Da oben ist auch noch was. Oh. Gott sei Dank. Und da war ja auch noch ne Münze. Äh. Ist jetzt... Oh. Hoffentlich war das nicht die entscheidende Münze wieder. Wer? So. Und hier wieder. Genau. Oh Gott. Das schaffe ich doch nie. Das schaffe ich doch never. Oh. Äh. Kann ich das hier hin? Nein. So, aber. Jetzt haben wir aber wieder länger nichts gefunden, ne? Und... Okay, da ist was. Zack. Den Looms nachzuurteilen, ist es bald vorbei. Es sei denn, es sollte mal wieder der... Oh, da ist was. Wo kann ich denn... Oh Mann. Nein, ich mach das... Es war gut, dass ich gestorben bin. Ich wollte nämlich noch das hier rausziehen. Zack. Also, wir kriegen hier echt viel Looms geschenkt. Kann sein, dass das gleich vorbei ist, das Level. Jetzt würde ich einmal gerne sehen, wie viele kleine Dinge wir haben. Alle. Oh shit. Dann brauche ich noch Looms. Ah, hätte ich doch die eine Münze auf jeden Fall mitgenommen. Das wäre schön gewesen. Jetzt sag mir nicht, dass es da schon vorbei ist. Es war doch so klar. Hier haben wir noch was. Komm schon. Please. Ja. Das waren 20. Komm, geh rein. Ja. Ach Gott, ich habe mir schon wieder Sorgen gemacht. Ich habe mir schon wieder Sorgen gemacht. Das ist nämlich immer die große Enttäuschung. Du musst alle Level immer so gut wie zweimal spielen. Ja. So. Ich richte nochmal mein Mikro. Keine Ahnung. Die Audio-Dinger sind einfach immer zu groß. Ich sollte da gleich nochmal die, ähm, die Dinger, die Dingsbums, die, ähm, die Lautstärke ein bisschen, die Aufnahme-Lautstärke ein bisschen runterdrehen. Dann klappt das schon. Dann klappt das schon, ne? Anstatt das Mikro die ganze Zeit wieder näher an den Mund und näher weg, ne? Zu drücken. Also, oh. Rette den letzten Kleining. Ah. 120 Sekunden. Okay. Herausforderung again. So. Autsch. Hatten wir ja schon mal. Das können wir gleich neu starten. Denn die Zeit ist einfach weitergelaufen. Ähm, ja. Ist ja wie bei den Challenges, hatte ich schon mal gesagt. Und, äh, es wurde sich... Oh. Ich hab den Schnellrennknopf nicht gedrückt. Oh nein. Ich bin grad voll daneben mit der Steuerung. Was ist da los? Oh. Ich hab grad was anderes gespielt. Oh nein. Nein. Wir können ja fliegen. Wir können fliegen. Wow. Und es wurde sich gewünscht, dass ich die nochmal... einen Bonuspart zeige. Jedenfalls von einer Person. Aber trotzdem werde ich dem Wunsch mal nachgehen. Irgendwann werde ich ihr die Challenges zeigen. Ich bin grad am überlegen, ob ich nicht schon mal gesagt hab, ey, komm, die Challenges, die zeig ich nicht. Ach, komm schon. Wie ist es so unkonzentriert? Das ist nicht viel schwerer als das andere. Das sieht nur so aus. It just looks like that. Zack. Nein. Ich glaub, da mach ich eine Attacke nach unten. Zack. Aber doch nicht mit Springen, Aaron. Bist du blöd? Da sind Stacheln. Bäm. So. So hab ich mir das vorgestellt. So. Zack. Das machen wir jetzt auch schneller. Im Endeffekt wird das nicht so schwer sein. Ich sollte hier eher auf Sicherheit bauen. Zack. Heißt zwar hier Master Dojo, aber komm, ne? Ich mein, dat schaffen wir. Dat schaffen wir hier. Und jetzt? Ähm. Ja. Fallen lassen wäre eine gute Idee. Oh, es wäre irgendwie so schön, würde man hier ein Extraherz bekommen. Aber ich fürchte... Ach, Mann. Ich fürchte, das bekommen wir hier nicht. Komm, wir machen einfach mal weiter. Hä, wie soll das gehen? Äh, da ist ja kein Aufwind. Ich muss einfach schnell zu dieser Seite und hoch. Okay. Alright. Oh. Nein. Okay. Wenn ich so weitermache, kann ich es tatsächlich vergessen. So. Zack. Zack. Okay. Ich vergesse manchmal, dass wir auch gleiten können, obwohl da kein Aufwind ist. Obwohl da kein Aufwind ist. Zack. Das war schwer. Ist doch schwerer, als ich dachte. Bäm. Jetzt kommt der wieder. Also, diese Sequenzen ähneln sich immer. Kann auch sein, dass es teilweise echt die gleichen sind. Sind sie auch bestimmt. So. Das war gut. Äh. Nein. Mann, ich darf nicht so viel Zeit verschwenden. Aber ich kann auch nicht... Boah, ich kann auch nicht so springen, ey. Mensch, das klappt ja nur ganz knapp. So. Nein, wie dumm. Was mache ich denn? Was mache ich denn? Da musst du einen Weitensprung setzen. Ja, ist mir jetzt auch aufgefallen. Ich drücke außerdem die Sprint-Taste die ganze Zeit nicht. Was ist da los? So. Zack. Kann man gleich dreimal so weit springen. Zack. Ich weiß nicht, was los mit mir ist. Ich habe das halt lange nicht mehr gespielt. Das Spiel seit drei Tagen. Okay. Gält sich in Grenzen, aber trotzdem. Äh. Ich glaube, nämlich wir schaffen das jetzt nicht mehr. Mit, äh. Ja. Okay, wir schaffen das nicht mehr. Oder? Ja. Wir haben es doch noch geschafft. Sauber. Oh Gott. Ne. Also, ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe jetzt eine Zeit lang nichts gesagt, aber... Oh, habe ich genug Looms? Ja. Klar habe ich genug Looms. Boah. Alter Vater. Haben wir Emma gerettet? Ja. Muss ja der Fall sein. Okay. Also, ich bin zufrieden, muss ich sagen. Äh. Okay. Was heißt zufrieden? Ich habe gerade noch gesagt, ich bin scheiße schlecht, aber... Im Grunde genommen bin ich das auch. Ursulas kleine Schwester. Ja. Irgendwie haben alle Charaktere hier drei, vier, fünf Schwestern. Kann das sein? Und Raymond hat Brüder. Aufzugattacke. So, Leute. Aber ich würde sagen, das Level machen wir erst im nächsten Part. Bis denne. Und tschö. Bis zum nächsten Mal.